Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, wir sind soweit, dass wir uns nach Black Gate bewegen können. Fünf Tage würden wir dafür brauchen, dann abliegen wir das letzte Stück vom Stab und sobald wir den haben, können wir uns darum kümmern, dass wir Jagger fahren, besiegen und den Kaiser befreien. Ich würde sagen, hier machen wir aber auch nochmal ein Save Game auf die zwei. Nicht, dass wir gleich wieder drauf gehen. Jo, kommt da eine Ratte einfach auf uns zu. Boah, wie lange war es ja, dass wir Ratten als Gegner hatten? Ich glaube, ach ne, warte, Shock Resist und Heal True. Shock Resist funktioniert gegen die. Wir müssen mehr auf diese Tränke gehen. So, jetzt machen wir aber nochmal Heal True und Heal Ding. Ich habe jetzt für den hier keine Map offen für den Dungeon. Aber zur Not greife ich nochmal darauf zu. Es war einfach nur der vorherige Dungeon. So, beziehungsweise die vorherigen beiden. Also, hier nicht Markwood, sondern der davor, der eine. Der ging mir so krass auf die Nerven, dass ich es nicht mehr anders gesehen hatte. Ich wollte schon sagen, wie viel wir da noch einstecken. Und nochmal Shielding. Ich habe jetzt hier für den Dungeon auf jeden Fall keine Map neben mir offen. Die Internetseite ist noch auf dem Handy drauf, also offen. Ich bin noch quasi drin. Es ist aber noch für den Kapitel Markwood. Ich dachte schon, hier kommen jetzt härtere Gegner oder so. Aber bei Ratten bin ich froh, dass wir auch mal wieder leichtere Gegner haben. Ja komm, wir gehen da. Ah, ich sehe schon Geister. Und wechseln sie. Ja, ich höre schon. Ich glaube, hier müssen wir hin. Wird auf mich auf jeden Fall so. Ah, okay. Straight Richtung Süden haben wir eine Brücke. Okay, wo ist er? Da. So und nochmal Shielding und ich glaube, diesmal nehmen wir mal Heiltrank. Okay, hier haben wir ein tiefes Loch. Shift J. Ich dachte schon, da ist auch noch wieder einer. Ach so, wir hätten auch einfach hier so rum gehen können. Dann hätten wir ja nicht nur mit dem Spring drauf. Okay. Jetzt ist die Frage, wie weit Richtung Süden müssen wir? Ich habe eine Idee. Machen wir den hier wieder. Wenn wir hier fliegen müssen. Gut. Hier geht es weiter. Oder auch nicht. Doch, hier. Der hat mich erschrocken erst mal. Jo, ganz viele Skelette. Aber geht auch schon ordentlich weit Richtung Süden hier. Oh, noch ein Schatz. Hallo. Ebony Hell, nice. Aber okay, südlicher geht es nicht mehr. Weil wir haben hier auch ein bisschen was verpasst, sagen wir mal so. Weil es Richtung Osten auch nicht weiter geht. Ja, die süßen. Okay, hier geht es auch nicht wirklich weiter. No, dann müssen wir hier rum. Hat er sich selber ausgeschaltet. So, Shielding noch mal. Aktivieren. Noch einen kleinen Heiltrank. Dann gehen wir mal hier rein. Noch eine Brücke. Kann es sein, dass das Wasser vielleicht einem sagt, wo wir hin müssen. Komm, wir riskieren es mal. Aua. Wir warten das. Egal. Scheißen wir erstmal auf die. Ja, ich habe so das Gefühl, hier müssen wir hin. Wusste ich doch, dass ich richtig lag. Hier müssen wir hin. Mission erfüllt. Nein. Komm. Ja, komm. Es wundert mich jetzt auch, dass OBS bisher noch nicht abgestürzt ist. So wie es in letzter Zeit hier gelaufen ist. Sagen wir mal so. Aber wo kommt die jetzt her? Der sieht sehr richtig aus. Wo ist der? Ach, da. Ja, lieber nochmal den und den. Okay, hier sind wir nicht richtig. Und jetzt laufen wir wieder ganz normal. So. 83 Gold. Ach, da sind sie. So. So, Entschuldigung. Steckt aber gerade mal. So, moin. Da bin ich wieder. Ähm. Ja, mir ist gerade die Aufnahme abgeschmiert. War ein Wunder, dass es überhaupt so lange funktioniert hatte. Den hatten wir ja noch bekämpft gehabt. Wir waren ja irgendwo hier, da hat einen kleinen Hustenanfall gehabt und dann auf einmal war die Aufnahme abgeschmiert. Klar, alles was quasi ab hier irgendwie passiert war und so weiter bis hier hin ist noch da zum Glück. Und dann ab hier abgeschmiert und dann, ich war aber noch bis hier irgendwo runtergelaufen, irgendwo bis hier. Und dann habe ich festgestellt, oh, die Aufnahme ist weg. Also die hängt, OBS nimmt nicht mehr weiter auf. Und dann habe ich zum Glück aber hier noch irgendwo gespeichert gehabt. Und dann den Speicherstand nochmal geladen. So kurz, wo ich dann, also ich hatte hier nachdem wir den besiegt hatten, gespeichert und dann ein bisschen weitergelaufen und dann festgestellt, die Aufnahme läuft nicht. Deswegen werde ich die jetzt aneinander rein, anhaken. So, ich hoffe für euch ist das nicht so schlimm. Da sieht es irgendwie wichtig aus, auf jeden Fall. Ah, ist irgendwie ein bisschen komisch so zu tun, als hätte man das alles noch nie gesehen hier. Aber ja, bis hier hin war ich, wo ich das geholt hatte. Ah, okay, diesmal haben wir keinen Mark. Okay, schade. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte so mit Linksklick drauf gucken, genau. Bis hier waren wir ungefähr. Nee, hier sind wir falsch. Dann war ich dahin gelaufen, okay. Aber hier war ich auf jeden Fall. Ich hatte nur nicht auf die Map geguckt gehabt. Okay, wer ist denn da? Ach so. Ja, dann ist die Frage, wollen wir erstmal hier lang und gucken, wohin es geht? Obwohl ist schon riesig hier. Geht schon weit nach Norden und Süden. Ich wollte erstmal eigentlich hier Richtung Westen, den westlichsten Punkt wiederfinden. Ja, ja. Ja, ja. Und schnell. Heal true. Shielding. Und Fire resist. Und nochmal heal true. Da haben wir wieder einen Geist. Ja, es tut mir aber auch von mir aus leid, dass es nicht mit OBS richtig funktioniert aktuell bei mir. Ich weiß auch gar nicht, was ich da mit den Einstellungen alles falsch gemacht habe oder so. Falls sich von euch einer mit OBS auskennt, ähm, ihr könnt euch gerne bei mir auch noch auf dem Discord-Server bei mir direkt melden, mich anschreiben. So, ich könnte da auf jeden Fall Hilfe gebrauchen, weil ich schon an meine Limits gekommen bin von dem, was ich weiß und wie das funktioniert. Ich würde mich da freuen, auf jeden Fall. Weil ich will das ja für euch hier ja machen, dass es hier alles gut aussieht, dass es alles läuft, dass es funktioniert, dass ich auch mal irgendwann mal bessere Let's Plays mache, Spiele, die euch mehr interessieren. So, jetzt wollen wir hier auch noch den hier machen, dass wir hier fliegen können. Nochmal auf OBS gucken, dass es läuft. Und hier gibt's nichts. Okay, jetzt hängen wir hier fest. Aber da sieht's aus, als müssten wir da hin. So, einmal kurz nochmal. Kill true. Spiel Ding. Okay, hier gibt's nicht mehr. Dann gehen wir mal hier durch. Okay, wo ist der Troll? Komm, zeig dich. Bestimmt hier hinter. Jo, warum auf einmal so viele? Ne, es sind nur zwei. Wo ist der Troll? Wo ist er denn? Ist er da? Ja, da ist er. Gut, ich würde sagen, hier machen wir ein Savegame auf die drei. Nur um ganz sicher zu gehen, dass, falls OBS gleich nochmal abschmiert, dass wir dann hier ab diesem Punkt nochmal laden. Okay, hier geht's irgendwo drunter her. Aber solange wir fliegen, können wir da nicht durch. Ah. Jetzt können wir drunter durch. Oder drunter her. Aua. 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 Komm, geht kaputt. So, nochmal. Dis. Und dis aktivieren. Okay, wer ist wieder regeneriert? Der. Der. So, wir können aber wieder hier unten rum. Zurück. Ah. Okay, da wären wir... Hier waren wir auch noch gar nicht. Jetzt kommts da, müssen wir hin. So, den machen wir noch kaputt Da hinten ist noch einer Uiuiui Shielding Heal of True Fire Resistance Ach, da ist er So Ich glaube, hier geht es auch nicht mehr weiter Ah, okay, das ist auch schon jetzt, glaube ich, der westlichste Rand Dann gehen wir einmal da die Tür Richtung Süden Hier Okay, hier gibt es nichts Doch, hier gibt es einen Schatz 81 Goldstücke, nice So Dann müssen wir jetzt hier einmal Richtung Norden Hier geht es nur hier lang Ach, ne, warte, 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 warte Äh, Shielding Heal of True Und Shock Resistance So, langsam gehen die mir auch auf den Nerven Noch mal Shielding So, den haben wir So Ja, komm, wir gehen einmal durch die Tür Einmal alles mitnehmen, was wir finden Okay, den haben wir jetzt nicht gehört So, nochmal Feel True So, und da müsste Geld haben Nein, hat er nicht Nee, das wollte ich jetzt nicht Ich wollte, äh, Map Komm, wir erkunden den Raum noch einmal Und dann gehen wir hier mal durch Und wo kommt der jetzt her? So Wieder den Und den Ich hoffe, der hat Geld Nein, hat er nicht Ist hier vielleicht irgendwas in der Mitte? Auch nicht Okay Ein bisschen enttäuschend Uiuiuiui Ähm Shielding Heal of True Fire Resistance Man muss hier immer wieder Zwischen den beiden Zaubern wechseln Oder Zauber trinken So schnell komme ich nicht auf die Taste U Haben wir schon oft genug mitgekriegt Wie ich da dann elendig verreckt bin So, dann können wir da hinten den einen Raum Richtung Süden nochmal erfunden Nein Toll Aua Uiuiuiuiui Gar nicht schnell hier Ja, jetzt Nein Und jetzt falle ich noch hier runter Okay Hier ist keiner mehr Oh Der hat mich jetzt echt erschrocken Sollte aber liegen bleiben, bitte Wir können den Raum gehen Da waren wir ja noch nicht Vielleicht nochmal ein Savegame machen So So auf die 3 Ja wer kommt da Okay Okay Hier geht es nur durch diese eine Tür Und die ist gerade wie aufgegangen Habe ich gesehen So nochmal Bis Und Bis Hier können wir nochmal schwimmen gehen Ja Leute Dann gehen wir mal schwimmen Hier ist ein Geist Ich komme hier da nicht durch Wenn über einen ein Geist ist Dann kommt man da nicht durch Aber ist das nervig Das heißt Wir müssen eben den Hier hin Wenn wir da hin können Eventuell Ja Komm Hier jemand anderen auf den Sack Ich kann auch Ja jetzt kann ich auch weiter So Nochmal Heal True Heal Ding Ah geil Wenn wir wieder was verkaufen Ach hier ist er So Wo wollten wir hin Genau da rein Ja ja Was kommt da jetzt Natürlich Die werten Herren Von und zu Geist Und von hier kamen wir nicht Wo auch weil die Geister Über mir waren Hier geht es auch nicht weiter oder Doch hier Hier haben wir direkt eine Tür Ich habe die nicht gesehen Dabei stand ich genau davor Wo wollen wir weiter Wir könnten hier rein Sieht aber auch irgendwie verdächtig aus Als müssten wir da rein Jo die hat mich wirklich weitergebracht Ah hier ist eine geheime Tür Lol ey Okay dann Ne Ich wollte nicht Wollte hier genau Den hier jetzt mal machen Dann gehen wir mal hier Richtung Norden Oder fliegen Richtung Norden Um zu schauen Wo wir hier ankommen Was krass So viel Wasser ist hier Hier haben wir wieder So eine Brücke Waren wir hier schon Nein hier waren wir noch gar nicht So wenn wir jetzt hier hingehen Wo kommen wir an Dann kommen wir an der Brücke an Wo wir schon mal waren Lol wie groß das Ding hier ist Schon Wahnsinn Da ist die Frage Wo müssen wir hin Wo ist der Eingang In den nächsten Stockwerk Beziehungsweise wo ist Das Ding was wir hier finden müssen Hier waren wir noch gar nicht War gar nicht hergeflogen Ja stimmt Hier waren wir noch gar nicht Scheint ein großer Leergang zu sein Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht Ob das ein großer Leergang ist Aber noch ist mir jetzt OBS nicht wieder abgeschmiert Ich würde sagen Wir fliegen noch mal weiter In ganzen Wassern lang Was passiert gerade? Ah ok So dann machen wir den hier noch einmal Das vielleicht noch mal Dann schauen wir noch mal auf den Maps Genau hier wollten wir jetzt noch einmal nach Norden Dort nehmen wir auf jeden Fall mit Ich hoffe da ist irgendwas wertvolles mit bei auf jeden Fall Abkommen Ja jetzt Wo ist der Geist? Da ist er So ist er dort? Ne Ah hier sind die Ratten wieder Ja ich will nicht die Ratte Ich will das Gold Eine fliegende Ratte Ja ich will nicht die Ratte Ich will das Gold Das ist vielleicht ein bisschen so Ein bisschen Entfernung Dazu nehmen und dann kann ich vielleicht hier Ja jetzt kann ich das Gold mitnehmen Und die Claymore Hier ist aber sonst nichts Dann bleibt uns nur noch hier Das in den Wasser entlang Mal zu erkunden Und zu schauen wo wir da ankommen Ja komm noch ein bisschen Noch ein bisschen Und wir fliegen noch mal ein bisschen Übers Wasser Ja noch ein bisschen Komm 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 Ja Nice Haben wir geschafft Hm War klar dass die uns hier auch noch irgendwann auflauern Ah die Bracer sind broken Okay Das heißt wir müssen Hier drauf zurückgreifen Warum sind die jetzt schon kaputt So oft haben wir die jetzt auch nicht genutzt Ich würde sagen Vielleicht machen wir hier auch noch mal ein Save Gain Noch läuft die Aufnahme So Und schauen wir mal Was wir hier so finden Aha Ich glaube hier ist sogar das Ziel Alter Drei Zombies gleich Vier So die Frage ist Müssen wir wirklich hier hin Toll So Komm Durch Das Schaffst Du Noch ein bisschen Ja So Ich sehe schon Geister Da schon der nächste Ja Dann würde ich sagen In der nächsten Folge Erkunden wir hier noch ein bisschen weiter Und hoffentlich finden wir das Weswegen wir hier sind Ich bin's Euer Max Deus Und Ciao Ich bin's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020